. 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 So, wenn ich aus Ikea, ich transporte ihn, und dann die Ausschlagzeuge in seine Matratze, und dann in die Rechte. Und dann war es sehr interessant. Ich habe mich immer wieder auf der Welt geöffnet, in der Welt geöffnet wurde, in der Welt geöffnet wurde, in der Welt geöffnet wurde, Aber nachher, war es ein paar Jahre lang, war es ein paar Jahre lang. Und dann war es einfach in der Welt geöffnet. ich wusste jetzt nicht mehr, Um... Ich freue mich, in der Fim-Final, auf der Wolle. Auf der Wolle, 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 auf der Klasse in 17. Wir kommen hier mit 20 Reuvels, weil ich... Ja, da sind die Kausse. Ich habe immer... Ich habe die Situation, aber ich habe die Situation, dass ich studiert habe, weil ich heute hier bin. Ich freue mich, dass ich mich in der Wolle dass ich die Wolle, dass ich mit David Lunder habe, dass ich mich mit der Motivation verabschiede, dass ich mich mit der Wolle Ich freue mich, dass ich die Wolle, dass ich die Fim-Final, dass es sich auszupackt. Ich freue mich. Non habe mich, dass ich mich mit der Wolle mit der Wolle aber auch der Wolle Darum war das, dass ich das für mich. und die ganze Zeit. die Loppe. Wenn es jetzt mal auf die Ecke kommt, ist das nicht interessant. Ich habe einen kleinen Tag, einen kleinen Tag, einen kleinen Tag. Ich habe hier die scheisse Hotels mitgebracht. Ich habe hier mehr Hotels, aber ich komme auch bei den Hotels. Das ist cool. Ich bin jetzt hier auch. So Ende einer Saison mit dem Programm des Touristen geht es im Konzert Lollapalooza-Festival. Hallo, Paz, da geht's los. Hallo, Paz, da geht's los. Carlo ist live-batterist von Zoe Weiss, mit dem Festivale Schockeu a Paris, auf der 50.000 Personen. De Celle Wart hat einen Job sehr kreativ. Carlo muss erinnern, mit dem Album. Er hat einen Job für sie. Ich habe mich eine Partie und eine Energie. Ich habe mich auch eine Energie. Ich habe mich etwas mehr als Echt. Ich habe mich etwas mehr als Echt gemacht. Ich habe mich, wenn ich mich etwas mehr als Echt gemacht habe. Ich habe mich, dass ich einen Kreativen, einen Echt gemacht habe. Wir haben die Möglichkeit, die Möglichkeit zu machen. Klar, die Musik ist gut, die wir in der Batterie sind. Das ist ein Teil, aber aktuell ist mein Fokus jetzt. Wir machen uns in einer Live-Studio. Wir machen uns sehr viel mit dem Kapitän. Trennende Produktion, wie Zoe Whisky und Lollapalooza in Paris, und alles professionellisierte Trance, nur im Detail. Für Carlo gibt es drei Konzerte, mit drei verschiedenen Ecken, die eine während der Ende des Jahres. Ich sage, dass die Ecken, die Ecken und die Ecken, die Notizien haben. Ich habe noch nicht gesehen, ob es eine wichtige Information gibt, aber ich sage, dass die Ecken und die Techniker haben. Ich sage, dass die Ecken, die Techniker haben, Ich weiß nicht, dass er auch im Break gewinnt ist. Ich bin bereit. Aber du wirst viel Stress, weil du mit zwei Differenz und einem Gavitier hast. Woher bin ich in London? Ich bin unentspannt. Aber der Fokus ist ja auch. Der Fokus ist total fünf Konzerte, fünf Geeks. In seinem Job steht Carlo flexibel. Er soll die Szene in Berlin als er seinen Namen machen. Für den Chefmusikalen der Band Zoey Wiese, der David Thornton, ist Carlo de Plique, der sich engagiert, um etwas zu feiern. Ich würde definitiv sagen, Groove-Drummer. Er swingt unglaublich. Wenn er anfängt zu spielen, ist der Groove sofort da. Das ist ein extremes Fundament. Wenn er anfängt zu spielen, sitzt die rhythmische Abteilung. Darauf kann man sich verlassen. Das funktioniert sehr gut. Und er sieht natürlich auch mega lustig aus. Spielt er ein bisschen, wie er aussieht? Eigentlich schon. Wobei, eigentlich spielt er zu swingig. Wie er aussieht, sieht er eher so aus, als würde er jetzt das Schlagzeug komplett kaputt schlagen. Aber dafür spielt er eigentlich viel verspielter, als er aussieht. Mit den ganzen Tattoos und so, sieht er schon eher anders aus. Vielen Dank. 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 Alles, was Carlo irgendwie reißt in den letzten Jahren, ich grinse mir immer nur ein. Ich finde es einfach, ich grinse mir ein. Ich komme mir ein bisschen so vor wie ein Fußballtrainer, der irgendein Weltstar in der D-Jugend mal trainiert hat und dann immer erzählt, ja, ja, und das wusste ich immer schon und so bla und weiß ich nicht. Ob ich irgendwas beigetragen habe, aber ich hatte immer, das ist nicht der Punkt, ich war wirklich überzeugt davon. Ich glaube, es ist ja auch ein, ich bin natürlich, es ist eigentliche, ich bin sehr, ich bin sehr klar, ich bin sehr, dass es eigentlich schon sehr, wenn ich es ist, wenn ich es nicht, wie es erinnere, wie es erinnere, wie es ist, wenn ich es nicht mehr so anfühle, wie es ist. Ich will nicht nur noch ein Wettbewerb, sondern auch ein Wettbewerb, sondern auch ein Wettbewerb, sondern auch ein Wettbewerb, für mich, eine wichtige Rolle in Berlin, und auch bei Wettbewerb. Kein Wettbewerb. Rettor-Romanisch? Krass. Ein Wettbewerb. Er hat sich in den letzten Jahren gewollt, aber er hat sich in der Wettbewerbe mit der Profession. Carlo hat die Patrie für die Musik geöffnet, er hat sich in den Tribunen des großen Festivals in der Schweiz und in der Schweiz. Der Mann hat sich mit Kacetten und Pellotas geschenkt. Ich komme hierher. Ich habe hierhergelegt, dass ich mit dem Schiss. Ich komme hierher. Ich komme hierher. Ich komme hierher. Ich komme hierher. Das ist ein Schlagzeug. Du sollst. Mickey Mouse. Das Schlagzeug von Mickey Mouse. Rein in Plastik. Ja, aber es war nicht so. Mir war es wichtig, dass er sich mit dem LZ erarbeitet hat, weil er sich in einer Situation war. Er war mit seinem Talent, aber er war mit seinem Talent. Er war in der Musik-Szene. Aber er war in Berlin. Er brachte die Mädchen aus dem Job, aber er war mit dem Job. er war mit dem Job. Er hat den Job gemacht. Er hat mit dem Job gemacht, mit dem Job. Seit der Job mit dem Job. Da die Fonsa von Carlo er hat sich mit dem Glockenbatterist. Fotografie, ohne das Thema, sind die Fortschritte. Ich habe mit dem PINEN gesehen. Ich habe mit zwei Pfeil und habe den Rhythmus gesehen. Ich habe mit dem PINEN gesehen, wie ich das PINEN gesehen habe. Ich habe mit dem PINEN gesehen, das Kacette und Vierkels gesehen. Das war mit dem PINEN gesehen, das Kacette. Dann war ich mit dem PINEN gesehen. Er war natürlich, aber er war schon bei seiner Unterbühne. Er war in den ersten Konzerten. Er war ein sehr vielen Dank, dass er sie unterstützt hat. Er hat sich in der Vorderung schon gesagt. Arnold Caduff war schon in der Vorderung der Kappien, in der sie mit den Flausen, und er hat sich in der Vorderung der Klasse-Veu. In diesen Highlights war er mit Carlo, und er hat sich in der Vorderung von seinem Vorderung, in einer großen Band der Rock-Svizzera. Karl-Oscow-Batterisch der Gotthard und die Trennung war, in der Ende des Erneun-Dus. Gotthard ist der Zeit für die Welt. Das war, dass sie in diesen Videos verabschiedet haben, mit den Bappen. Das war ein Traum, wenn ich ein Konzert mit der Karstellerin in der Tribüne bin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. und die ersten Gazzette empfiehlt, aber auch, dass sie die erste Gazzette in der Verkaufgabe haben, die erste Gazzalette in Prova. In dem Lokal, in der Schule, wo quasi die gesamte Szene der Musik die Tua Cina in Eschida verfolgt, wie es sich in der P.I.L.U. Ich sehe, dass ich mich in einem ersten Schlagzeug habe, dass ich eine Sache habe, dass ich mich nicht so fühle. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so fühle, dass ich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Hier ist ein N.C.O. Er war ja von allem original. Ich habe gerade gesehen. Die Piaz, die ich trage. 1.999. Ich weiß nicht, wie es ist. Der N.C.O. ist alles original. Alles total abgerockt. Aber geil. Der N.C.O. war an der Stand. Es war ein paar Uhr. Es war auch Schlagzeug. Es war ein prima Band. Es war eine prima Band. Es war eine prima Band. Es war eine Schule, aber es war ein Haushalt. Es war eine Schule. Es war eine Schule. Es war eine Schule. Es war ein Abend. Es war ein Abend. Es war ein Abend. Es war Punkmusik. Ich weiß nicht, wie es ist. Es sieht ein Band-Räumchen aus. Es war ein bisschen anders. Pfff! Es war ganz drauf. Ich gehe einen Tick auf die Linie. Rampi! Pfff! Schulter, schrubter, schrubter. Mierde! Komm! Pina, wisse, komm! Wir sind in einer kurze Visiten in der Familie im nächsten Konzert in Schweiz. Als Summer Days in Darbon, sind Carlo mit seinen Wies a dentar un pin amig de seu temps a Coera. Sem sent que sume aquel con Dabo Fantàstic. Ich bekomme nicht gerne zu hören. Ich habe mich sehr gefreut. Das war wirklich so. 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 Aber es war auch schräg. Es war so, man kommt aus dem gleichen Kanton und trifft sich aber aus verschiedenen Ländern auf der gleichen Bühne. Ja, das war die Dezember-Kunft. Wir hatten es aber auch, als ich es gesehen habe, also als ich das E-Mail rein kam, die Show, und dann direkt Line-Up checkte und sah, ach, Dabo und sofort. Ja, dann hast du mir geschrieben. Ja, das ist voll geil. Jetzt haben wir es zum ersten Mal geschafft, am selben Festival zu spielen. Ja. Und das ist für mich auch heute so das Highlight vom Jahr, was so Family und Freunde und Zusammenkunft ist, was auch mir selber ganz, ganz viel bedeutet. Und es war auch einfach geil, zu mir zuzuholen. Ja, gleichfalls. In einer Paterlade hat ihm per Piers auch in einer Wohnweiheil. Anstatt dem Hotel bis Santa Carlo la noche sin via till proxiem Konzert. Ich siehe mit Levitas in Tourneia habe ja gerade spau glamouros. Heide Achse mit Levitas nicht, sondern Siedi nur in觉ots Es gibt immer noch die Pimperons. Ich glaube, es ist einfach auch der Wettbewerb. Aber es ist nicht mehr und es ist in der nächsten Format. Es geht einfach so. Es ist eine solare Möglichkeit. Aber ich sage mal, es ist eine gute Privatsphäre. Der Vorhang wird es nicht mehr. Zu einem Terminchen-Konzert ist auch in der nächsten. Der Privatriste Carlo Caduff und es weitergeht mit allen, die sich in der Tribüne zu sehen.